Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Call of Duty Multiplayer Advanced Warfare mit deinem Dulac. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir zocken Multiplayer, das heißt Konzentration, nicht so viel quatschen dafür, mehr umballern. Mal schauen, ob es klappt im letzten Free-for-All waren wir nicht so der Oberknaller. Mal sehen, ob es diesmal besser wird. Da muss schon auf jeden Fall ein Platz in oberen Rängen dabei sein. Und so wie es aussieht, kommen wir ein laufendes Spiel rein? Ah, nee, nee. Jeder, der kein Sentinel ist, ist ein Feind. Ausschalten! Oh, Mann, da bin ich schon zurück. Shit! Jetzt muss ich mich umgegriffen, umgegriffen. Das war gut. Oh nein, wo war der denn jetzt? Wieso kam der denn da jetzt? Ja. Wir gehen in Führung. Ich will ja. Geile Pose hier. Oh, der haut uns jetzt weg. Das war der Sniper, oder? Nein, er hat noch was gewartet, ey. Wir rennen da rein, da haben sie mich ganz gestört. Es geht ab. Nicht viel, ja? Boah, was schießt der denn da auf uns? Für ein Zeug, ey. Boah, den hatte ich so schön in mir hier. Mist. Da hab ich so dick im Frühjahr gesehen. Oh! Boah, red mit dem Messer. Schauen wir mal, wie man hier reinkommt, wenn wir hier getarnt stehen. Das wär dann ein Kill. Nee, leider nicht. Boah, was schießt. Nein, der andere steht dahinter oder was? Doppelkill, 10 immerhin, 10 Kills geworfen, das ist schon mal nicht so ganz so schlecht. Oh fuck, das ist keine gute Idee so wild rum zu rennen. Achtung, feindliche Vorräte! Feindliche Drohne online! Hier ist eigentlich ganz gut die Pursie, oder? Von meiner Übersicht. Ich glaube, es wird gerade woanders gekämpft. Der rennt eben mit Messer durch die Gegend. Achtung, feindliche Vorräte! Feindliche Drohne über uns! Feindlicher Raketenschlag! Oh! Wir verlieren diesen Kampf! Ja, ich weiß, aber immerhin haben wir 14 Kills, das ist auch nicht schlecht. Boah, der Rettiger ist aber besser ehrlich, die Gegend, was geht mit dem Ding was? Ist er das Gild oder was? Oder was schießen wir haben? Oh, der war über uns! Oh! Der war über uns! Fuck! Feindliche Vorräte! Nein! Nein! Boah, der Messer, der war auch nicht richtig. Feindliche Drohne online! Boah, das ist unsichtbar. Feindliche XS1-2 gekostet! Boah, der ist krass denn mit dem Messer irgendwie. Ich habe den von Farmer weggeholt, aber... Achtung! Feindliche Vorräte! Feindliche Drohne online! Dankeschön! Feindlicher Raketenschlag! Feindliche Vorräte kommen! Geht denn hier was ab? Wo, der verseiter! Und gleich wieder drei so, weißt du? Von allen Seiten. Keine Ahnung, wieso ich da jetzt nicht runtergefallen bin, aber gut. Egal, egal, egal. Mal gucken, was die Stats sagen. War okay oder nicht? Ach so, weil ich in der Luft gestorben war! Krass! 17 Abschlüsse, 16 Tode! Puh! Stabiles Mittelfeld! Der mit dem Messer ging ja gut ab! Oh, ich hatte ein Level ab! First Lieutenant! Exo Ping! Neue Objekte! Neuer Helm! Ne, machen wir nicht nochmal Free For All! Wir machen jetzt eine andere Sache! Wir machen jetzt, äh... Wir machen jetzt Herrschaft! Mal sehen, was da geht! Herrschaft ist ja mal so riesen Durcheinander! Nikayanischer Mobilhelden! Nikayanischer Infanterie-Ausrüst! So, damit werden die Teams geformt! Und jetzt heißt es Herrschaft! Herrschaft! Dominiere die drei Plätze auf der Karte! Und gewinne dieses Spiel! Da bin ich mal gespannt! Map ist Solar! Die ist ja auch ziemlich krass, die Map! Ich glaube, das ist auch eine meiner Lieblingsmaps! Ja doch, doch, doch! Die ist gut! Die ist super! Aber auch nicht... Ja, mal gucken! Einfach mal schauen, wie man da rein findet! So langsam kenne ich ja, glaube ich, so ziemlich alle Maps, denke ich mal! Ja, ich kenne alle Maps, aber... Ich kann nicht alle! Mal sehen, mal sehen! Ich bin gespannt, ob wir hier was reißen können! Ob wir das gewinnen können! Ob ich noch eine positive Bilanz vorweisen kann! Mal gucken! Herrschaft! Herrschaft! Himmelherrschaftszeit! Erobert und verteidigt die Flaggen! A wird gesichert! Alpha gesichert! Alpha gesichert! Der Feind hat C! Okay, keine gute Idee! B wird gesichert! Charlie wird gesichert! Charlie wird gesichert! Der Feind hat Bravo! C gesichert! Wir haben die Führung übernommen! Wir haben die Führung übernommen! Ich hab noch keinen gesehen, ey! Der Feind nimmt Alpha ein! Wir haben A verloren! Okay, bleib mal hier! Mal gucken! Wir haben A verloren! Die werden jetzt wohl zu C kommen! A gewählen! Alpha wird gesichert! Feindliche Drohne über uns! B wird gesichert! A wird gesichert Oh, der war aber gut, der hat mich erschrocken So nicht Freund Okay, wir haben hier ordentlich Map-Dominanz Ich geh mal an die Ich geh mal in die Menge hier A wird gesichert Feindliche Drohne online Ist das ein Feind? Oh, das ist ein Feind Das war echt mal ein Feind Das kann ich gar nicht glauben Ich kann mal ein Feind sehen Wir haben Charlie verloren Der Feind hat C Oha Alpha wird gesichert Achtung, feindliche Vorräte Uga, uga, uga Der Feind nimmt B ein A gesichert Wir haben B verloren Der Feind hat B Wir verlieren A Nein, nicht A Alles nur nicht A Der Feind nimmt A ein Wir haben A verloren Wir haben A verloren C gesichert Unsere Drohne ist online Aber ein aktives Ziel B wird gesichert Der Feind nimmt C ein Wir haben Charlie verloren B gesichert Feindliche Drohne online Der Feind hat Charlie Feindliche Drohne über uns Geht ja Feindliche Drohne online A wird gesichert A gesichert Wir verlieren Bravo Ja, ne, wieso Wir gewinnen diesen Kampf Wir haben B verloren Der Feind hat B Bravo gesichert Verwündete Ankunft Drohne kommt Feindliche Ausbildungsdrohne kommt Gute Nacht, mein Freund What? Das geht so schnell das Spiel Das ist unglaublich Ich kann sich vom Umdrehen Von wo du beschossen bist Hier ist der Feind Wir haben B verloren Wir verlieren C Wir haben C verloren Was los? Ich verstehe dich Na also Geht doch Ich wollte schon sagen Wieso treibst du hier nicht? Eieieiei Eieiei 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 Da war ich auch gerade mal im Bild Der Dulac hier Herrschaft Erobert und verteidigt die Flaggen Charlie wird gesichert Feindliche Aufklärungsdrohne kommt Der Feind hat Alpha Charlie gesichert Wir haben alles im Griff Achtung Feindliche Vorräte Bravo wird gesichert Bravo gesichert Feindliche Walken im Orbit A wird gesichert Feindliche Drohne online Der Feind hat A Feindliche Drohne über uns Willst du da mal hochgehen? Nein Feindliche Vorräte kommen Der Feind nimmt C ein Du bist einmal nicht bei C Du bist einmal nicht bei C Du bist nicht eingelungen Wir haben C verloren Feindliche Drohne online Feindliche Drohne online Charlie gesichert Der Feind hat Alpha Achtung Feindliche Vorräte Der steht ja geil da Was war das für ein Das war super Posi Das war super Posi Das ist nicht die Ich habe mich aber Feindliche XS1 Walken kommt In Deckung Der Feind kontrolliert den Zorn Und der Alpha wird gesichert What? Es regnet irgendwas da Wir haben A verloren Oh nö Der Feind nimmt Charlie ein Wir haben Charlie verloren Der Feind hat C A gesichert Ja wo sind sie denn? Ja wo sind sie denn? Ich habe ihn Feuerschluss Der Feind nimmt Bravo ein Wir haben Bravo verloren B wird gesichert Der Feind wollte ich noch eine rein drücken Der Feind hat B What? D Ich habe Kötter Was war die Revanche? Noch einer? Ne der liegt ja hier Hä? Da waren doch überall unsere Und wieso nimmt er die Basis nicht ein? Ist der eine Schuhe? Hallo Bravo wird gesichert Der läuft Leute Der läuft Ich habe es gesichert Ich habe es gesichert Auch im Nachladen Alles verloren Wir verlieren Charlie Wir haben C verloren A gesichert Also Charlie gesichert Ich habe mich erwischt Der Feind nimmt Alpha ein Wir haben Alpha verloren Markiere Koordinaten für Vorräte Wir haben Alpha verloren Feindliche Drohne online Achtung Feindliche Vorräte Bravo gesichert Wir verlieren Bravo Unser Team kontrolliert den Sonnenreflektor Feindlicher Raketenschlag kommt In Deckung So viel zur Deckung Ja Haben wir gewonnen Das war wie aus dem Leerbogen Oh das lief gut Das lief gut Oh eins kalt abgesahnt hier Oh Weiß gar nicht wie man das Ding kontrolliert Aber nicht schlecht Schon krass Ja Auf die Stats hier gespannt Oh 2014 Na ja Ist okay Sechs Eroberungen Eine Verteidigung Geht ab Ist okay Läuft Ja Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn es wieder heißt Call of Duty Multiplayer Vielen Dank fürs Zuschauen Und lass mal einen Daumen da Wenn es dir gefallen hat Ciao Ciao